Die hätt man auch saufen können. Genau. Wollt ihr da noch reingehen? Ja, holen wir. Ach, naja. Der Hugenottenturm. Geschenk des Bremer Kaufmanns David aus Dankbarkeit für die Aufnahme seiner Vorfahren in Karlshafen. Weil die Hugenotten, das waren ja Flüchtlinge aus Frankreich. Das waren die Evangelische aus Frankreich. Richtig. Evangelische Religionsgemeinschaft in Frankreich, die vom Kaiser oder vom König verfolgt wurden. Und in Deutschland wurden sie aufgenommen, weil sie besondere Fähigkeiten hatten. Die waren nicht guter Halbsager. Und deswegen wurden sie aufgenommen vom... Wo kann man denn? Doch. Ach doch, hier, ja. Oh, ihr Pletscher. Scheiße. Scheiße. Die sind nicht ganz dicht hier. Die sind nicht ganz dicht hier. Die sind nicht ganz dicht hier. Oh! 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 H구만ig! Das ist ja wie eine Dusche hier. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh Scheiße, da Bletscher hat's ja wirklich. Ah! Ja. 1, 2, 3, 2! Ja, 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 ja.